Template... ...Aufgrund eines Kommentars von Geeratod bin ich hier noch mal unterwegs. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass das Achievement anders geht. Also dass es hier ein Achievement gibt, was ich nicht gemacht habe. Und ich hatte noch ein schönes Savegame in einem relativ nah dran. Vielleicht ich laufe hier noch mal fix eben hin. Ich soll mich da gleich reinstellen. Mal gucken. Ich habe betrunken auch diese Linie, diese Bahnen gemacht. Ja, sie ist so cool. Das sollte es tun. Template, Missing. Weiter mit der Erinnerung. Oh, das hat es nicht gemacht. So, und jetzt müssen wir es noch mal reinstellen. Template, hast du noch keine Ideen? Es ist so, dass ich die Erinnerung habe. Hallo. Also prinzipiell habe ich ein Achievement gekriegt. Allerdings funktioniert die Bahnen noch. Aber das war ja auch nicht das Ziel des Achievements. Vielen Dank, Geeratod, für den Kommentar. Und ja. Danke schön, Tschüss. Danke schön, Tschüss.